So, hallo der Zingau. Zu Skyblock, ich lass das einfach drin kommen, bisschen scheißegal. Hallo. Oh Gott. Man sieht, es hat sich ein bisschen was verändert. Ein bisschen viel, Alter. Ein bisschen viel, weil Marcel hat ganz, ganz viel gefarmt. Ja. Und deswegen haben wir jetzt eine Golem-Rüstung. Und ein cooles Golem-Schwert, Alter. Und ein cooles Schwert. Und Marcel hat hier auch noch andere Rüstungen. Nämlich meine Outfit. Lapis-Rüstung haben wir. Die gibt Erfahrungsboosts auf allen Sachen, wo du Erfahrung herbekommst. Also wenn du Monster tötest, kriegst du einfach mehr Erfahrung. Mhm. Dann ist da noch meine Rüstung und der meine Shit. Ja. Weißt du, das ist richtig gut. Die ersten vier Folgen. Wir haben ein bisschen was geschafft. Nicht so viel. Vor allem die letzten beiden Folgen. Weil wir damit beschäftigt waren, normales Minecraft zu spielen. Und in Dia vier Schwert, äh, Sharpness vier Schwert zu machen. Das übelst lange gedauert hat. Und viel, äh, viele Ressourcen gefressen hat. Und, ähm, ja. Ja. Jetzt beginnen wir das Spiel zu verstehen. Ja. Ich meine, jetzt dauert es zwar immer noch lange Sachen zu bekommen. Aber es ist auf jeden Fall einfacher. Aber es gibt ja diese Minions aller. Waren die Minions in der letzten Folge drin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall gibt es so. Auf jeden Fall arbeiten diese Kleinen. Ja, genau. Wichser. Die machen für uns sind geile Sachen. Ja. Wir nennen sie alle Leon, weil sie klein sind. So, was gucken wir uns denn heute an? Schönes. Ich weiß nicht. Wir könnten in Neta gehen. Das hört sich doch gut an. Mit coole Hölle. Dann lass uns da mal hingehen, Alter. Ja. Wo müssen wir denn dann hin? Ja, keine Ahnung. Aber, ja, da oben, äh, äh, das sieht sehr nähterhaft aus. Oben links? Diese schwarze. Die schwarze Festung da. Ach so, das hier? Hä? Warte, was? Ganz oben links. Ganz oben links. Was denn das unten links? Äh. Sieht wie ne Festung aus. Wollen wir da reingehen? Wollen wir auch dann gehen. Also, da weiß ich, da sind die Bäume, dann den Weg runter links. Das kriegen wir hin. Soll ich vorlaufen? Ja, lauf du vor, ich, äh, folg dir. Nice. Ist wirklich ne Festung? Das sah auch wie ne Festung aus, muss ich so sagen. Oh, hier sind Hunde. Oh Gott. Ah! Du fliegst. What the fuck? Was denn? Das sah aus, als wenn du schwimmst, aber immer an Boden, Alter. Richtig. Okay. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Das war jetzt nicht so, ergiebig bis jetzt. Ich weiß nicht. Irgendwie ist hier noch nichts. Leuch. Weiß nicht. Ein paar böse Hunde. Mehr aber auch nicht, ja. Nö. Wollen wir einfach oben links hinlaufen? Ja. Da wollen wir einfach oben links hinlaufen? Vor dem Nähter ist ja noch irgend so was Fettes so. Weißt du? Mit diesem Drachenskelett oder was auch immer das ist. Ja, okay, aber lass uns doch schräg links einfach hochlaufen. Also hier, hier geradeaus quasi, wo das Ausrufezeichen ist. Ja, okay. Ich glaub da kommen wir hoch. Ja. Weißt du diesen weißen Sprung-Dings da? Mhm. Da müssen wir hin. Okay. Okay. Ich bin ja noch Level 1 hier. Ja, richtige Lappen, Alter. Ja. Wir müssen so schnell. Okay, nix. Kann man den einfach? Nee, nee. Kann man nicht. Okay. Hier ist ein Absprung-Dings. Guck mal, ist das ein Gesicht da vorne? Spiders Den. Gesicht? Oh. Mein Chunk hat noch nicht geladen. War kein Gesicht. War nur ne. Das ist ein Gesicht. Das ist ein Gesicht. Das ist ein Gesicht. Alter. Leck. Leck. Ja, richtiger Leck. Bist du? Ich bin auszusehen zurück. Ups. Willst du mir nicht follow? Ja, ich bin aber... Also ich bin follow. Ich bin schon wieder da. Ja, wir sind nicht auf der gleichen Insel. Jetzt. Okay. Kommen wir uns erst das Skelett an? Ja. Ja. Das ist halt echt so ein fettes... Ups. Ein fettes Skelett. Hm. Wollen wir da rein gehen? Ja. Genau. Okay. Man kann da nicht rein gehen. Okay. Das ist cool. Das ist cool. Ja. Hier gibt's. Ja, da kann man runter. Jetzt a trap. Oh, ja. Hier geht's wirklich runter. Na? Wo bist du? Unter dir. Da. Hallo. 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 Okay. Okay. Wir haben welche fast 900 Leben. Guck mal, da ist Rick oder? Junge Rick. Okay, den müssen wir eine bestimmte Schaufel geben. Ne, warte, den müssen wir Eisen geben. Hier kann man Gravel abbauen. Oh. Kost oder? Du hast keine Schaufel mit, ne? Nö. Da kannst du aber keinen Stein abbauen. Crazy. Was kann man denn mit Gravel alles machen? Gravel, Gravel. 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 Mankano. Ach du heilige. Schabnisbücher machen, wenn man ne Menge Gravel abbaut. Ich hab die Netherfestung gefunden. Ja? Oder? Kommen wir die Treppen hier hoch, diese kaputten. Äh, ja. Guck. Ah. Sieht schon ganz cool aus. Ah, wie kommen wir da hin? Thumbnail für die Folge gefunden. Weitere nicht, irgendwo hier muss so ein Absprungpunkt sein. Oder? Da, da oben ist eins. Da. Oh. So. Okay, dann lass uns da hin. Oh, Silberfische. Alter. Da. Da ist das Butter, ja. Ja. Tchuuu. Let's go. Pew. Blazing Fortress. Alter. New Zone is covered, Alter. Wir sind zusammen hier. Ja. Okay, wollen wir gerade rein, Alter? Ja. Mut zur Lücke. L of the Nether. Wollen wir die ansprechen? Ah. Du hast hier nämlich reingeschlagen. Ups. Ey, immer wenn ich jemanden anspreche, ne? Hinter dir. Das kann ich doch nicht machen. Okay, wir sollen Netawarzen und Lace Rods farmen. Okay. Kriegen wir hin, oder? Ja. Lass mal einfach ganz oben gehen. Okay. Hinter dir. Hinter dir. So schnell. Boah. Okay. So. Okay. Das brennen ist schon ab. Mhm. Okay, ich glaube hochlaufen war keine gute Idee. Nee, vielleicht sollten wir in den Keller gehen. Ja. Boah. Okay. Okay. Ja, stimmt. Hier gibt aber alles richtig krasses Zeug, wenn du die eine Millionen Mal farmst. Ja, stimmt. Hauptsache hier liegen einfach überall so Erfahrungsperlen rum. Mhm. Mh. Aber jetzt rast du die komplett aus hier. Alter. Aber wir haben halt die Stelle erst mal mit unserer alten Rüstung vor. Ja, ja. Das wäre genau so gut gelaufen wie unten im Dier Ding. Ja. Wo wir übrigens nächstes mal auch wieder hin kommen. Ja, stimmt. Haben wir ja gute Rüstung. Ja. Ja. Oh, ich sterbe aber fast. Wir sind fast tot. Oh Gott. Okay. Ich bin tot. Ja. Höchstwahrscheinlich. Ah, ne. Ich habe eineinhalb Herzen. Rennen weg. Ich sammle die Erfahrung ein. Aber das Ding ist, wenn wir Leute töten, dann kriegen wir zwei extra Herzen. Diese goldenen. Oh. Hast du schon gedacht? Ist auch wegen der Rüstung. Ich wusste, dass die da sind, aber ich wusste nicht wieso. Oh. Ich glaube ich sterbe. Ja, genau im Moment. Wir könnten hier theoretisch runterspringen. Und dann? Ah! Bist du tot? Was? Wo bist du? Ich bin runtergefallen. Oh, da bist du. Ja, ich komme zu dir. Ähm. Ich weiß nicht, ob die Lava die beste Idee war. Da gibt es aber... Da gab es einen krassen Pigment. Vollkommen mal. Oh, fuck. Oh, warte. Okay, okay. Okay, ne. Wenn ich jetzt keinen Schaden bekomme, bin ich nicht Ripp. Warte, ich fahre eben kurz, bis mein Feuer weg ist. Scheiß Feuer. Hat mich im Sprung abgebrochen. Oh. Ich mich auch. Nein, ich sterbe. Wasel. Wasel. Wasel, gib mir deine Hand. Gib mir deine... Oh. Ich komme zu dir. Hättest mir deine Hand reichen müssen. Und die Pigment sind Level 12. Ich brenne halt immer noch. Scheißnähte, Alter. Hallo. Ich bin hinter dir. Hallo. Kannst du warten, bis ich aufhöre zu brennen? Oh. Oh. Ja. Die machen nix. Oh. Ja. Okay, wir können fighten. Okay, ja. Anscheinend werden die nicht angepisst, wenn ich meine Ability benutze. Hm. Wo gibt es fucking Glowstone, Alter? Hm. Aber wenigstens haben wir schon mal neue Kreaturen gefunden. Stimmt. Komm, was ist, wenn wir weiter nach rechts... Oh, guck mal. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab Blaze hat gefunden. Jo. Woher ist denn die? Und was bringt der? Äh... Der gibt einfach nur... Plus Stärke. Plus 20. Hinter dir! Ich verstehe noch nicht ganz. Lass uns mal... in der Mitte gucken. Hm. Was? Da steht Magma Boss Spawned. Okay, ich bin wieder in Lava gefallen. Keine Ahnung, ich bin wieder am Anfang. Äh... Versuch mal in die Mitte zu laufen. Ja. Ich hab vergessen, wie man in die Mitte kommt. Also... Ja, okay. Oh, ich weiß... Das könnte echt sein. Ah! Da wo die ganzen Viecher waren auf der großen Plattform. Oh ja, das ist so ein fettes Ding, Allah. Oh man, ich will das auch sehen. Oh fuck. Ja, ich bin gestorben. Ja, komm in die Mitte. Ja, mach ich. Ich glaub nicht, dass ich das... Okay, ich bin RIP. Ja, Moin. Der macht ja... 1000 Schaden. Oh, ich möchte es sehen. Ich möchte es sehen. Ich möchte es sehen. Gott schad... Meinst du den drop krasses Loot? Weiß nicht. Holy shit, die sind richtig viele Spieler. Und sie haben es getötet. Und was gab es da? Keine Ahnung. Ähm... Alle versuchen den Beacon abzubauen, aber ich verstehe... Ich check nicht was. Hä? Was ist passiert? Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Das check ich nicht. Also es lag irgendwas auf dem Boden und ein Spieler hat das aufgesammelt. Aber ich weiß nicht, was das war. Wahrscheinlich war das so ein krasses Rare Drop. Kann sein, ja. Schwert oder so. Oder Bogen oder so was. Oder was du... Hm. Aber schade, dass es nur einer bekommt. Ja. Ja, okay. Aber ich weiß auch nicht, wie du es sonst machen willst. Vor allem es antwortet keiner. Ich will doch einfach nur Glowstorm haben. Fragen wir noch mal. Wie fragst du noch mal? Ja. Ich hoffe an den... zu dem hier. Nein, bleibt stehen. Oh, ist weg. Oh, der hat eine Magma-Rüstung. Ja. Der ja hinter dir... der die ganzen Slime-Check macht. Der hat eine Magma-Rüstung und... und hat einen... hat einen Angel mit der sich an die Gegner ranziehen kann. Sieht schon echt cool aus. Kommt der Teleport? Okay, das war der Gehen. Nether. Das war zum Anfang gehen. Aber die Frage ist, ob er mit uns am gleichen Anfang ist, ne? Also... Ja, ich sehe ihn. Ja? Oh man, warte kurz. Ah, ich komme da hinten, aber ich sehe so viele Slimes. Okay. Boah. Bist du da? Ich stehe hinter dem. Was? Ah, ich häng... Wo steht ihr? Ich bin am... Komm zum Anfang. Ich bin am... Wenn du am Anfang bist, dreh dich... zur... Festung hin und dann links. Oh, da. Alter. Alter, wie ist... Manchmal... Der hat irgend so ein krasses Schwert-Ding. Hat er geschrieben. Emberrod oder so. Oh. Oh, leil. Oh, leil. Ja, hier gibt's. Los dann. Ja, moin. Alter. Na gut. Dann würde ich die Folge hier beenden. Ja. Ähm... Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, was wir dann machen. Haus zu erbauen wäre eine Möglichkeit. Schön. Ja, Haus bauen. Na gut. Tschüss. ja,